So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria. So, erstmal ganz zu Anfang. Sorry, wegen dem letzten Part war ja alles ein bisschen chaotisch. Da war noch der abgebrochene Teil von vorletztes Mal. Vorletztes Mal, so rum. Und dann war halt im letzten Part da so ein bisschen Uneinigkeit zwischen der lieben Lisa und mir. Die sich allerdings wieder behoben hat und ich hoffe, dass es jetzt endlich mal wieder nach langer Zeit nochmal weitergehen kann. Und ja, apropos. Dann nochmal willkommen zurück und mit mir, dem Steve. Und mir, der Lisa. Ja, ich würde eigentlich dich nennen, aber irgendwie bin ich ja nicht Lisa. Mit mir, der Lisa. Cool. Ich bin Steve. Nein. Ich liebe dich auch überall, Schatzi. Ich weiß es. Ich liebe dich immer noch viel mehr. Du weißt es, du hast diese Gesichtsvergewaltigung in unserem Haus leicht beseitigend. Und da hat auch das Klicken hier. Ok, das ist nicht mehr. Das ist ja zumindest geil. Komm immer weg, der? Es ist nicht mehr weg, der. Oooooohhh! Ähhhhhhhh! Was machst du, Part? Sehr schlechtes nicht. 3. Was machst du, Part? Grab ich eine Schlämpche? Ich glaub ich, es ist das kein Gerag. Ach, Leute, wir hier, ich hab mir noch keine Schlämpche. . . . . . . . So, safe. So, zweiter Grabstein ist auch fertig. Einen Moment, Hasetod. Falsch. Wir gehen mal. So, komm. So, miau. Lieber dich. Lieber dich auch. Das war ja auch ein öffentliches Geständnis. Das war ja, konnte ja sehen, das war mein Prater. Exakt. Ich will dich auch. Nicht mehr. Wie viele Lavatränke hast du gemacht? Sieben. Bleib mal kurz stehen. Jetzt. So, dann kriegst du von mir... Schlapp's. Hier, dann kriegst du erst mal fünf. Jetzt kannst du unter Wasser atmen. Und... Und da, Lava, so. So, mein Müll. Mach ich mal kurz an die Küsten. Stimmt. Okay, ich fang unten an. Ah, ich fang hier nämlich auch, Mann. Boah. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch mal. Ja, Rattenhaut, mal bitte aufzudemolieren. Weißt du, wir verarscheln keine Kiste. Hier unten. Da, wo ich jetzt vorstehe. Mh. Mal Asch rein. Asch. Ach, Arsch, Schatz. Ach, Arsch, Schatz. Boah. So. Oh Gott, ey. Pilze, Pilze. Pilze. So, also hab ich ja ein bisschen dabei. So, dann liegt auch ein bisschen. Ein bisschen. Äh. Krieg mal. Krieg mal. Krieg mal. Krieg mal. Krieg mal. Krieg mal. Hauen wir in die ganzen Fackeln. Ah, dafür haben wir noch nichts. Haben wir noch nicht? Scheiß. Aber hier in der Leere, hier in die leere Druckkiste, wenn wir hier reinhauen. Das können wir machen, Schatz. Und das können, weiß ich nicht. Aber das machen, weiß ich auch nicht. Ja. Okay. So, okay, bitte schlag ich nicht. Boah. Für dich wie meins. Ich weiß. Nein, Leute, ich schlag allgemein keine Frauen. Ah, das ist hier keine Wellentheorie. Nein. Keine Theorie. Ich hasse Leute, die Frauen schlagen. Außer Frauen selbst. Die dürfen sich schlagen. Nein, das heißt, dass du dich schlagen sollst. Hehehe. Juh. Gott, sie schlägt sich. Bäh. Boah. So, wo haben wir die alten Schwerter und so. Weiß. Ich hab nun deine Gieß. So weit kann ich auch noch. Das ist schön. Aber die ganze Zeit, wenn wir zu den ganzen Bummering fertig. So. Ein machen runter im Arschgesicht und so. Also du weißt, was ich meine. Arschgesicht. Toter Vogel. Noch n toter Vogel. Noch n toterm Pegel? Nein. Eih. 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 Ehh. 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 W cancerspiegel. er in den Betracht das ist mehr manchen Rüsten und was wird das Kontext hat sich zum Urzell mit Schrauben es nur praktisch Prozent pro auch der Schilder darauf nachzumachen was wir gerade in der Aufnahme das war ich war ja noch es war es nicht wenn die in Beile mit Vorhinein ich bin kein Städte Deinemburg abruaar die mit Maulier an den Mann nicht auf die Eier an dem Spiel von der Schütze ich bin beschäftigt der Vor oder er es ist in der Tat die sind es in der Ausatung von der Schutze vor Boah! Bist er böse. Du kennst mich nur böse. Stimmt auch wieder. Zu dir bin ich lieb. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin ja der Meister. Du bist ja beim Allerweißen. Ich bin ja selbst verbrüßt. Wieso? Ich habe die Struktur vermissen. Andererseits muss ich das nicht sagen. Ich bin der Meister, der mal verwirrt ist. Das ist mein Meister, Schatz. Der verwirrt ist. Und von mir. Und der verwirrt ist. Ich liebe dich über alles. Ich stehe schau. Hey, du Dämon. Ne, normaler Dämon. Noch ein normaler Dämon. Und noch mehr Asche. Hetzige Fledermaus, lass mich in Ruhe. Ich will hier nicht in die Lava. Nicht? Nein. Oh, okay. Ah, du hetzige Wichsdrecksfledermaus. Oh, hast denn kein Schrank. Spinnlack. Weil ich mein Scheiß-Bee nicht gefunden hab. Ja. Ich hab mir gedacht, das liegt neben D. Ja, fast. Ja. Er hat uns erst zu gucken, ne? Ja. Ah. Ah, ja. Gesundheit, meine Liebe. Wann ist eigentlich nur ein Hustmauer, trotzdem danke. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Nicht mehr. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich auch. Aber mal am meisten. Und kann nur weit, sonst krassend. Trink. 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 Ja, Leute, wir sind mal wie auf alles vorbereitet. so. Und die Versuchtenpause ist das in fünf Stunden. Ja. Ja, stimmt, ich hab heute mal eine Stunde vorgezogen. Mhm. Aber nur was tiefgütig ist. Ah, nur für's Liisa putzt grad tief in den Kopf ab. Gut. Das ist auch, der liegt total breit im Käfig und neben dem und fängt an den zu putzen, ey. Das ist komisch, weißt du das? Ja, die lieben sich halt auch. Aber der ist tief gefällt. Ja, natürlich, weil der Schatzi das macht. Da hat man sich ein Grinsen im Gesicht. Boah, du schlägst Armband. Geh mir nicht auf die Eier und geh zum Oberarm. Halt. So, jetzt. Wenn mir dann dein linker Arm abgefallen ist, ich weiß nicht warum, gell? Nein, Schatz, da läuft das nicht. Schatzi, mir fehlt deine Augen. Du kannst es noch weiter aufnehmen, oder? Ja, geht doch. Boah. Dann ist mir auch egal, ob du noch reinhauen kannst. Genau. Solange du aufnehmen kannst, bis wenigstens noch zu etwas zu nutzen. Boah. Ich liebe dich. Ich auch. Nein. Nicht komisch. Nicht komisch. Nicht komisch. Nein, ich sehe es ja nur, oder? Ach ja. Wurzeln. Wurzeln. Das ist ja so. Ach, Vera, willst du mich verarschen? Wer weiß. Das hat zwei neue, beschüsste Dateien installiert. Ich weiß nicht warum, oder was? Das ist ja so scheiße voll. Ist klar. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das braucht ihr auch zu wenigstens. Das ist ja so. Aber das gibt es tatsächlich nicht so. Quatsch. Wieso? Das gibt es nicht? Da gibt es nicht. Ja, meine Kommt. Das ist nicht so schlimm. um halt stopp jetzt rede ich das war knapp der ist auch scheiße knapp das ist ein hessischer Feuer in der Welt verarschen das versuchte ich auf ich bin gerade melden es ist falsch wird in den dazu so so wird er war jetzt weiß ich noch mal ja es ist auch ein wenig im Leben erhebten Prozent nach der Schöpfung aber schätze nach der Schöpfung in es ist ein bisschen Prozent der Leiter Schafer und Strustel erstritten ist es noch aktuell Schaubschäufe und dann ist es in die Hauptsicht gestorben St nahe da soll ich gleich Lava mitbringen? ja ich hab nämlich gerade einmal zwei Eimer mit im Winter dann mach ich hier drüben das Wasser gib mir Wasser auf den Schlampe da ist nochmal Wasser da ist das Lava da rankommt und jetzt geht es weiter nach unten hui 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 komm mir her, wer den Stress pöst boah hütti tütti aha ich hab auch hütti tütti hehehe schlatschen schlatschen ganz doll ganz, 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 ganz doll oh bringe dich so einmal labert er hat alles an folgende und das war ein Tote Fledermann das ist jetzt geld und jetzt ist ein Todes runter und, dann fällt es schon warm Toda not gut gerade so wieder auf B gekommen wenn ich gedacht dass es auf L ist sogar ohnehin sogar auf B gedrückt so geht das hier Beine oa ein kleines Nieder ein kleines Regen Muschies das Böse die gehen Nuller er wird er Nuller 3 Nr primitives Denken bringt also sie ist doch die Nähe gegen das Thema oder der Mauer mehr nur noch ein oder nur noch da was sage ich noch mal wurde die Rolle flächter das war es auch nun die war abgebrochen ja, das Aufnahme würde ich nicht denken deswegen wollte ich noch fragen, ob ich eine Aufnahme Das war in der Aufnahme das war in der Aufnahme, der Aufnahme denken, kompliziert nein ich denke nicht aber ich weiß, dass ich das nicht ich weiß, dass ich nicht ich weiß, dass ich nicht liebe, das reicht mehr brauche ich nicht wissen ich will, schau Nöga, schwääh. Och, okay. Flüttel dein Hund schön von mir. Nein, 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 so läuft das nicht, so läuft das nicht. Tja, das ist ein kleine knuffiger Hund. Warte, da kannst du die Nerven. Und ja. Bitte, du still. Oh mein Gott, ich kann die Gedanken von seinem Hund gerade wirklich lesen. Nö, lass mich jetzt mal in der Ecke sitzen. Alter. Oh, Junge. Jetzt guck mal, was loskommt. Guck mal hier. Er kommt ab. Gehelf dir so ja. Genau, Andy. Verhaltest dich doch sonst in den Kabel? Na, jetzt hat das. Jetzt hat das. Knopfel! Knopfel! Ach, dann war das Mikro. Boah! Boah! Natürlich schon ins Mikro atmet, das. Boah! Die Fresse da draußen in den Muscheln. So. Schalte einfach. Mein Kopf ist groß. So, mach mich bitte. Boah! Boah! Ja, gleich. Jetzt erst mal hast du da nicht mehr unterhalten. Boah! Hehehe.. Nehmeh mir denn auf mit dir Cent. Hehehehe! Tja, Hunde! Wie haben sie ihn? Es ist ein Mentor. Was macht er jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was hast du gerade gemacht? Ich habe da unten das, wo er hier runterkommt. Die ganzen Kabel. Mal dicht gemacht, damit er dann nicht mehr runterkommt. Weil er verädert sich sonst in den Kabeln und dann verletzt er eventuell sich selbst und reißt mir dann irgendwas raus und dann weiß ich nicht, warum das nicht funktioniert. Schatz, die David Kevin ist nicht mehr da. Nein. Die leuchtet ja noch, deswegen seht sie. Sie leuchtet nur, weil er ein Loch ins Kabel gewissen hat. Ist er denn überhaupt da, wenn ich zu deinem WhatsApp-Abon? Ja. Hey. Nein, sonst ist es limitiert. Ich will dich auch. Das ist aber viel mehr. Ich stehe ja mal am meisten, mein Schatz. Da weiß ich ja dann schon mal, dass ich die Tabletten nicht vergessen sollte. Hehehehe. Dann schaff's nicht. Aber er wird ja dann nicht mehr im Zimmer sein, weil die Rattenerbe sind. Hm. Dann will ich ihn nicht hinzumachen. Er wird ja auch nächste Woche dann wieder in der Küche geschlafen, aber da wo er vorher auch geschlafen hat. Ja. Dann kommt sein recht mäßigen Wohnsitz zurück. Ja. Das Klopapier. Wow. Das Klopapier. Ich weiß nicht, wie du eine Rolle Klopapier rommst. Na, hier hört du dein neues Haus aus. Dein Bett. Boah. Jetzt geht Bruder. Nein, Essen. Essen gibt's nur einmal im Monat. Wow. Nein. Und trinken dreimal? Viermal, wir machen das kartalsweise. Okay. Ohne. Ohne, wir gütig sind. Oh Gott. Meine Nettigkeit alles übertrifft. Hm. Wie's lebe denn? Das schon mehr. So geht es auf die Uhr zu gucken. Nach der Fingern der Zeit. Ohne, ich will die ganze Zeit. Ohne, ich will die ganze Zeit. Ohne, ich will die ganze Zeit nicht mehr. Ich will die ganze Zeit nicht mehr. Na, ich will die ganze Zeit. Ja, ich mach dann wieder einen stillen Cut und dann, what the fuck. Ja, einen stillen Cut. Bing, bing. Einfach mal da bis auf das Passatort rausnehmen. Ja, what the hell? Das war nur ein Cut. Jetzt habt ihr ihn mal nicht so im Durchschnitt. Boah. So. Das Bauwerk ist vollendet. Dann lass uns schreien, jetzt stehen dann noch die lauern, das Wasser. Aber ich komme zu dir runter, Schatz. Ich werde auch gleich hochbekommen. Ich werde was erleben. 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 Nein, ich werde es sehen. Nein, ich habe... Nein, Schat- Okay. Hallo, Schatzi. Hallo, Schatzi. die Bedeutung hat sie ist ich nehme das auch schon ich will immer mehr Schatzi ich weiß die Schatzi mein Stern die Schließt so ein um dann bleibst du jetzt auch mit meinem Opa-Arm, ich weiß ganz genau, dass mein Opa-Arm so scheiße dünn ist, trotzdem musst du hängenbleiben na so tief liebe dich ich leuchte mit einem Stern